Ich stehe hier vom neuen Tesla Store in Mannheim. Tesla ist nicht mehr in der Stadt, sondern sie sind jetzt außerhalb und auf der Saarburger Straße hier in Mannheim und haben hier einen neuen Store aufgebaut. Und das Service Center kommt wohl die Öffnung im November dazu. Ich drehe mal ganz kurz rum und hier ist das Schmuckstück. Hier stehen noch einige Teslas und der neue Tesla Store in Mannheim. Hier sind auch ein paar. Hier vorne steht unsere, da gehe ich jetzt wieder hin. Da hinten um die Ecke geht es wohl auch zur Auslieferung demnächst, also soll auch ausgeliefert werden. Und wir haben gerade mit meiner Lieblingsverkäuferin gesprochen, die sich auch Zeit für uns genommen hat. Ja, dann sage ich mal an der Stelle Tschüss von dem neuen Tesla Store aus Mannheim, der Jörg. Ciao.